In diesem Video geht es um einfache Sätze auf Deutsch. Mit den Themensätzen können Sie das Hören neuer Wörter üben und Ihren Wortschatz erweitern. Die Sätze werden zunächst langsam abgespielt, dann als normale Konversation. Die ersten Sätze sind auf A2-Niveau, dann auf B1-Niveau. Sprechen Sie dem Sprecher nach. Üben Sie das Sprechen. Versuchen Sie, Sätze und Dialoge ohne Untertitel zu hören. Versuchen Sie nach dem Video in Ihrer Freizeit neue Wörter zu wiederholen. Zum Beispiel, Sie sehen ein Auto. Bilden Sie einfache Sätze mit den neuen Wörtern. Es ist kein großes Auto. Das ist das beste Auto. Dieses Auto ist schlechter als mein Auto. Überprüfen Sie sofort Ihre Grammatik. Installieren Sie Google-Übersetzer auf Ihrem Handy. Stellen Sie die Übersetzung von Ihrer Muttersprache ins Deutsche ein. Sagen Sie den Satz in Ihrer Sprache. Schauen Sie sich die Übersetzung an. Haben Sie den Satz richtig verstanden? Analysieren Sie Ihre Fehler. Diese Übungsmethode kann jederzeit angewendet werden. Um sich Wörter besser einzuprägen, versuchen Sie, sie im Alltag zu wiederholen. Seien Sie nicht frustriert, wenn Sie nicht alles verstehen. Hören Sie sich diese und andere Lektionen an. Am kleinsten Am kleinsten Gut Besser Der Beste Am besten Schlecht Schlechter Das Schlechteste Am schlimmsten Das ist das schlechte Wetter. Das ist das schlechteste Wetter. Das ist das schlimmste Wetter überhaupt. Das Wetter ist heute am schlimmsten. Das Wetter ist heute am schlimmsten. Das Wetter ist heute das schlimmste. Das ist ein größerer Raum. Dieser Raum ist größer. Dieser Raum ist größer. Dieser Raum ist der größte. Dieser Raum ist der größte. Das ist ein kleines Dreieck. Das ist ein kleines Dreieck. Dieses Dreieck ist größer. Dieses Dreieck ist größer. Dies ist das kleinste Dreieck. Dies ist das kleinste Dreieck. Dieses Dreieck ist das kleinste. Dieses Dreieck ist das kleinste. Dieses Dreieck ist im Moment am kleinsten. Dieses Dreieck ist das kleinste. Dieses Dreieck ist das kleinste. Dies ist eine gute Straße. Dies ist eine gute Straße. Diese Straße ist besser. Diese Straße ist besser. Das ist die beste Straße. Das ist die beste Straße. Diese Straße ist im Moment am besten. Diese Straße ist bis jetzt die beste Straße. Dieses Haus ist groß. Dieses Haus ist groß. Das war ein kleines Geschenk. Das war ein kleines Geschenk. Dieses Buch ist besser als jenes. Dieses Buch ist besser als jenes. Der Kaffee heute ist gut. Der Kaffee heute ist gut. Gestern war das Wetter besser als heute. Gestern war das Wetter besser als heute. Lecker southwest Dieser Hund ist größer als der andere. Dieser Hund ist größer als der andere. Ich fühle mich heute am besten. Heute bin ich der Beste. Mein Bruder ist kleiner als ich. Das ist das kleinste Zimmer. Das Essen hier ist gut. Das Essen hier ist gut. Das Essen ist hier besser. Das Essen hier ist das Beste. Das Essen hier ist das Beste. Letzte Woche war das Wetter schlechter. Letzte Woche war das Wetter schlechter. Das war am schlechtesten. Das war am schlechtesten. Diese Tasche ist groß. Diese Tasche ist groß. Der Apfel war nicht klein und nicht grün. Der Berg ist groß und gefährlich. Das Auto ist besser als das Fahrrad. Das Auto ist besser als das Fahrrad. Heute ist das Wetter gut. Heute ist das Wetter gut. Das Wetter ist heute besser. Das Wetter ist heute besser. Heute ist das Wetter am besten. Heute ist das Wetter am besten. Letzte Woche war das Wetter schlecht. Letzte Woche war das Wetter schlecht. Das war am besten. Der Berg ist der Größte des Landes. Der Berg ist der Größte des Landes. Mein Bruder ist größer als ich. Mein Bruder ist größer als ich. Das war das schlechteste Essen, das ich je hatte. Das war das schlechteste Essen, das ich je hatte. Diese Stadt ist nicht klein. Diese Stadt ist nicht klein. Die Katze ist groß. Die Katze ist klein und süß. Die Katze ist klein und süß. Diese Stadt字 ist hier. Der Film ist besser als das Buch. Der Film ist besser als das Buch. Heute ist der Tag am besten. Heute ist der beste Tag. Das war das kleinste Problem. Das ist das schlechte Wetter. Das ist das schlechteste Wetter. Das ist das schlimmste Wetter überhaupt. Das Wetter ist heute am schlimmsten. Das Wetter ist heute das Schlimmste. Das ist ein größerer Raum. Dieser Raum ist größer. Dies ist das größte Raum. Dies Raum ist am größten. Dieser Raum ist der größte. Das ist ein kleines Dreieck. Dieses Dreieck ist größer. Dies ist das kleinste Dreieck. Dieses Dreieck ist das kleinste. Dieses Dreieck ist im Moment am kleinsten. Dieses Dreieck ist das kleinste. Dies ist eine gute Straße. Diese Straße ist besser. Das ist die beste Straße. Diese Straße ist im Moment am besten. Diese Straße ist bis jetzt die beste Straße. Dieses Haus ist groß. Das war ein kleines Geschenk. Dieses Buch ist besser als jenes. Der Kaffee heute ist gut. Gestern war das Wetter besser als heute. Der Berg ist nicht groß, das Tal ist nicht klein. Dieser Hund ist größer als der andere. Ich fühle mich heute am besten. Heute bin ich der Beste. Mein Bruder ist kleiner als ich. Das ist das kleinste Zimmer. Das Essen hier ist gut. Das Essen ist hier besser. Das Essen hier ist das Beste. Letzte Woche war das Wetter schlechter. Das war am schlechtesten. Diese Tasche ist groß. Der Apfel war nicht klein und nicht grün. Der Berg ist groß und gefährlich. Das Auto ist besser als das Fahrrad. Heute ist das Wetter gut. Das Wetter ist heute besser. Heute ist das Wetter am besten. Letzte Woche war das Wetter schlecht. Das war am besten. Der Berg ist der größte des Landes. Mein Bruder ist größer als ich. Das war das schlechteste Essen, das ich je hatte. Diese Stadt ist nicht klein. Der Tisch ist groß. Die Katze ist klein und süß. Der Film ist besser als das Buch. Heute ist der Tag am besten. Heute ist der beste Tag. Das war das kleinste Problem. Die Metropole ist groß, aber das Dorf ist noch größer. Die Metropole ist groß, aber das Dorf ist noch größer. Er ist kleiner als sein Bruder, aber er ist am klügsten. Das ist das kleinste Buch in meiner Sammlung. Das ist das kleinste Buch in meiner Sammlung. Ihr Deutsch wird immer besser. Ihr Deutsch wird immer besser. Gestern war das Wetter nicht so gut wie heute. Gestern war das Wetter nicht so gut wie heute. Das ist das beste Restaurant in der Stadt. Das ist das beste Restaurant in der Stadt. Das ist das schlechteste, was ich je gehört habe. Das ist das schlechteste, was ich je gehört habe. Mein Auto ist besser als deins. Mein Auto ist besser als deins. Dieses Hotel ist größer, aber das andere ist am größten. Dieses Hotel ist größer, aber das andere ist am größten. Das war das kleinste Problem bei all dem Chaos. Das war das kleinste Problem bei all dem Chaos. Die Musik auf diesem Festival war besser als erwartet. Die Musik auf diesem Festival war besser als erwartet. Letzten Monat war mein Deutsch schlechter als jetzt. Der Berg war groß, der Abgrund darunter aber noch größer. Der Berg war groß, der Abgrund darunter aber noch größer. Die Prüfung heute war am besten. Die Prüfung heute war am besten. Dieser Kaffee schmeckt besser als der von gestern. Dieser Kaffee schmeckt besser als der von gestern. Der Winter in den Bergen ist schlimmer als in der Stadt. Der Winter in den Bergen ist schlimmer als in der Stadt. Diese Maschine ist gut, aber das neue Modell ist besser. Diese Maschine ist gut, aber das neue Modell ist besser. Ihr Englisch ist schlechter geworden. Ihr Englisch ist schlechter geworden. Das ist der kleinste Hund, den ich je gesehen habe. Das ist der kleinste Hund, den ich je gesehen habe. Ihr Gemälde ist besser als meins. Ihr Gemälde ist besser als meins. Der Film war am besten, als er gerade herauskam. Der Film war am besten, als er gerade herauskam. Diese Situation ist wirklich schlimm. Diese Situation ist wirklich schlimm. Das ist das größte Geheimnis. Das ist das größte Geheimnis. Die Nachrichten sind oft schlecht. Die Nachrichten sind oft schlecht. Der Flug gestern war schlimmer als erwartet. Der Flug gestern war schlimmer als erwartet. Die Aussicht von diesem Berg ist am besten. Die Aussicht von diesem Berg ist am besten. Das ist das kleinste Zimmer im Haus. Das ist das kleinste Zimmer im Haus. Dieser Ort ist besser als der letzte. Dieser Ort ist besser als der letzte. Der Kühlschrank ist groß, aber die Gefriertruhe ist am größten. Der Kühlschrank ist groß, aber die Gefriertruhe ist am größten. Die Metropole ist groß, aber das Dorf ist noch größer. Er ist kleiner als sein Bruder, aber er ist am klügsten. Das ist das kleinste Buch in meiner Sammlung. Ihr Deutsch wird immer besser. Gestern war das Wetter nicht so gut wie heute. Das ist das beste Restaurant in der Stadt. Das ist das schlechteste, was ich je gehört habe. Mein Auto ist besser als deins. Dieses Hotel ist größer, aber das andere ist am größten. Das war das kleinste Problem bei all dem Chaos. Die Musik auf diesem Festival war besser als erwartet. Letzten Monat war mein Deutsch schlechter als jetzt. Der Berg war groß, der Abgrund darunter aber noch größer. Die Prüfung heute war am besten. Dieser Kaffee schmeckt besser als der von gestern. Die Wohnung ist klein, aber sie hat den besten Blick. Der Winter in den Bergen ist schlimmer als in der Stadt. Diese Maschine ist gut, aber das neue Modell ist besser. Ihr Englisch ist schlechter geworden. Das ist der kleinste Hund, den ich je gesehen habe. Ihr Gemälde ist besser als meins. Der Film war am besten, als er gerade herauskam. Diese Situation ist wirklich schlimm. Das ist das größte Geheimnis. Die Nachrichten sind oft schlecht. Der Flug gestern war schlimmer als erwartet. Die Aussicht von diesem Berg ist am besten. Das ist das kleinste Zimmer im Haus. Dieser Ort ist besser als der letzte. Der Kühlschrank ist groß, aber die Gefriertruhe ist am größten. Mein Bett ist größer als dein Zofa. Mein Bett ist größer als dein Zofa. Das Gemälde an der Wand ist am größten. Das Gemälde an der Wand ist am größten. Der Stuhl ist kleiner als der Tisch. Der Stuhl ist kleiner als der Tisch. Diese Lampe ist besser als jene. Diese Lampe ist besser als jene. Der Spiegel auf dem Boden ist größer als der Spiegel auf dem Tisch. Der Spiegel auf dem Boden ist größer als der Spiegel auf dem Tisch. Der Spiegel auf dem Boden ist größer als der Tisch. Der Spiegel auf dem Boden ist größer als der Tisch. Die Zimmerpflanze ist kleiner als der Vorhang. Diese Tasse ist besser als die alte. Der Teppich ist größer als der Teppich in der Ecke. Der Teppich ist größer als der Teppich in der Ecke. Der Schrank ist am größten, aber die Kommode ist besser organisiert. Der Schrank ist am größten, aber die Kommode ist besser organisiert. Die Uhr an der Wand ist kleiner als der Wecker auf dem Nachttisch. Die Uhr an der Wand ist kleiner als der Wecker auf dem Nachttisch. Dein Laptop ist am besten für Spiele geeignet. Der Sessel ist größer als der Hocker. Der Sessel ist größer als der Hocker. Diese Vase ist kleiner als die auf dem Regal. Diese Vase ist kleiner als die auf dem Regal. Der Kühlschrank in der Küche ist am größten. Der Kühlschrank in der Küche ist am größten. Der Fernseher ist kleiner als der im Wohnzimmer. Der Fernseher ist kleiner als der im Wohnzimmer. Das Bücherregal ist am besten sortiert. Das Bücherregal ist am besten sortiert. Der Kleiderschrank in der Küche ist größer als die Kommode. Der Kleiderschrank ist größer als die Kommode. Die Decke ist am größten. Die Decke ist am größten. Der Wäschekorb ist kleiner als der Mülleimer. Das Poster an der Tür ist kleiner als das Bild an der Wand. Das Poster an der Tür ist kleiner als das Bild an der Wand. Der Spiegel ist größer als der im Badezimmer. Der Spiegel ist größer als der im Badezimmer. Der Tisch ist kleiner als der in der Küche. Der Tisch ist kleiner als der in der Küche. Die Blumenvase ist größer als die Wäschekorb. Der Schrank ist größer als der in der Küche. Die Blumenvase ist größer als die Wäschekorb. Dein Schrank ist kleiner als meiner. Der Teppich ist am besten gereinigt. Der Schreibtisch ist größer als der im Flur. Der Schreibtisch ist größer als der im Flur. Die Kissen auf dem Sofa sind groß, aber kleiner als auf dem Bett. Die Kissen auf dem Sofa sind groß, aber kleiner als auf dem Bett. Mein Bett ist größer als dein Sofa. Das Gemälde an der Wand ist am größten. Der Stuhl ist kleiner als der Tisch. Diese Lampe ist besser als jene. Der Spiegel auf dem Boden ist größer als der Spiegel auf dem Tisch. Das Fenster ist kleiner als die Tür. Dein Schreibtisch ist am größten. Die Zimmerpflanze ist kleiner als der Vorhang. Diese Tasse ist besser als die alte. Der Teppich ist größer als der Teppich in der Ecke. Der Schrank ist am größten, aber die Kommode ist besser organisiert. Die Uhr an der Wand ist kleiner als der Wecker auf dem Nachttisch. Dein Laptop ist am besten für Spiele geeignet. Der Sessel ist größer als der Hocker. Diese Vase ist kleiner als die auf dem Regal. Der Kühlschrank in der Küche ist am größten. Der Fernseher ist kleiner als der im Wohnzimmer. Das Bücherregal ist am besten sortiert. Der Kleiderschrank ist größer als die Kommode. Die Decke ist am größten. Der Wäschekorb ist kleiner als der Mülleimer. Das Poster an der Tür ist kleiner als das Bild an der Wand. Der Spiegel ist größer als der im Badezimmer. Der Tisch ist kleiner als der in der Küche. Die Blumenvase ist am größten. Dein Schrank ist kleiner als meiner. Der Teppich ist am besten gereinigt. Der Schreibtisch ist größer als der im Flur. Die Kissen auf dem Sofa sind groß, aber kleiner als auf dem Bett. Üben Sie! Bilden Sie so oft wie möglich einfache Sätze. Zum Beispiel Du siehst dein Telefon. Mein Telefon ist das Beste. Mein Telefon ist besser als dein Telefon. Oder mein Telefon ist schlechter als das meines Freundes. Du siehst dein Telefon ist besser als dein Telefon. Der Kopf ist größer als dein Telefon.